Rin Yamaoka erblickte als erstes und wie sich im Laufe der Zeit herausstellen sollte, auch einziges Kind der Familie Yamaoka, das Licht der Welt. Geboren wurde sie in einem kleinen Dorf in der Präfektur Kagawa und ihre Eltern waren nicht sonderlich wohlhabend. Trotzdem oder gerade deshalb zogen sie ihr Kind sehr liebevoll auf und versuchten Rin alles in ihrer Macht Stehende zu ermöglichen. Die Familie Yamaoka lebte in einer kleinen, traditionell japanischen Hütte und weil beide Eltern arbeiten mussten, um sich und das Kind ernähren zu können, war das Haus teilweise etwas staubig und unordentlich. Das störte die Familie jedoch nicht weiter, denn sie führten ihrer Meinung nach ein schönes, aufrichtiges Leben. Rin, was im Übrigen so viel wie ehrwürdig bedeutet, war der gesamte Stolz ihrer Eltern. Und zu wissen, dass Rin glücklich und zufrieden ist, sorgte automatisch auch dafür, dass ihre Eltern glücklich und zufrieden waren. Die Jahre vergingen und in der Schule wurde den Lehrern relativ schnell klar, dass Rin ein sehr intelligentes Mädchen war. Sie hatte keinerlei Probleme damit, den Unterrichtsstoff schnell zu begreifen und die Schulzeit verging für sie wie im Flug. Als sie schließlich das Ende ihrer Schullaufbahn erreicht hatte und ihr Abschlusszeugnis in den Händen hielt, machte sie sich an die Zukunftsplanung. Für sie war relativ schnell klar, dass sie selbst Kinder unterrichten und ihnen Wissen vermitteln möchte. So kam es, dass sie sich an mehreren Universitäten auf ein Lehramtsstudium bewarb. Es verschlug sie schließlich in die Stadt Takamatsu, wo sie an einer privaten Universität ihr Studium begann. Die Stadt an sich war ein komplett neues Erlebnis für Rin, aber auch hier fühlte sie sich sehr wohl. Ihr Studium war sehr fordernd, aber sie entwickelte eine Menge Ehrgeiz und fand schnell auch Freude daran. Natürlich riss das Studium ein großes Loch in die ohnehin schon wackeligen Finanzen ihrer Eltern. Jedoch war es für Rins Eltern selbstverständlich, sie bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen und wenn nötig, selbst Abstriche zu machen. Nach einiger Zeit wurde Rins Mutter jedoch krank und es war ihr nicht mehr möglich, ihrer Arbeit nachzugehen. Die Rechnungen begannen sich zu stapeln und der Vater konnte nicht mehr sämtlichen finanziellen Verpflichtungen gerecht werden. Rin nahm aus diesem Grund neben ihrem Studium einen Halbtagsjob in einem Restaurant an, um ihren Anteil an den Finanzen leisten zu können. Wie sich herausstellte, war es jedoch ein sinnloser Versuch, den Verlust des Lohns ihrer Mutter auch nur ansatzweise aufzufangen. Die Schulden ihres Vaters wuchsen ins Unermessliche und es war keine Besserung in Sicht. Aus diesem Grund entschloss sich ihr Vater dazu, Doppelschichten zu schieben. In der Hoffnung, so schneller befördert zu werden und dementsprechend auch mehr Lohn zu erhalten, ackerte ihr Vater Tag und Nacht. Als wäre die hoffnungslose Überarbeitung nicht schon schlimm genug, so litt er bereits nach einigen Wochen zusätzlich an Schlaflosigkeit. Mit der Zeit wurde es immer schlimmer und er vernahm ein leises, dumpfes Flüstern, das ihm die ganze Nacht vom Schlafen abgeliebt. Die Stimme erinnerte ihn immer wieder an die ausweglose Situation, in der er und seine Familie steckten. Dadurch, dass er seine Augen nicht mehr schließen konnte, ohne die Stimmen in seinem Kopf zu hören, litt er zunehmend unter einer enormen Erschöpfung. Es wurde sogar so schlimm, dass er teilweise nicht mehr wusste, was real und was nur seiner eigenen Einbildung entsprang. Erst fing er an, den Stimmen in seinem Kopf zu widersprechen. Als das nichts änderte, begann er sogar damit, ihre Existenz zu verleugnen, in der Hoffnung, dadurch endlich seine Ruhe wiederfinden zu können. All das half jedoch nichts und es wurde bloß noch schlimmer. In seiner Verzweiflung sah nur noch einen Ausweg. Er bat seinen Vorgesetzten um ein Gespräch. Er bettelte ihn förmlich an, ihm einen Bonus zu gewähren oder zumindest einen kleinen Gehaltsverschuss zu bekommen, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können. Wenn all das nicht möglich ist, vielleicht zumindest Urlaub zu bekommen, um wieder klare Gedanken fassen zu können. Ganz gleich, was es auch war, ergriff nach jedem Strohhalm. Leider war sein Versuch jedoch nicht von Erfolg gekürt. Sein Anliegen wurde einfach eiskalt abgeschmettert. Das Unternehmen hatte vor kurzem erst eine fehlerhafte Produktlinie auf den Markt gebracht, die ihn ein riesiges Loch in die Finanzen riss. Natürlich musste irgendjemand für diesen Fehler verantwortlich gemacht werden. Und nachdem Rins Vater seinem Vorgesetzten gerade seine mentale Situation ausführlich dargelegt hatte, war er der perfekte Sündenbock. Er musste sein Kopf für den Fehler anderer hinhalten und wurde nach 22 Jahren, die er für die Firma gearbeitet hatte, fristlos gekündigt. Am Abend kam Rin von ihrer Arbeit in dem Restaurant nach Hause. Sie hatte etwas länger gearbeitet, um die Kunden, die noch spätabends im Restaurant rumlungerten, bei Laune zu halten. Als sie mit dem Fahrrad in die Auffahrt einbog, hörte sie bereits einen entsetzlichen Schrei. Sie war sich sicher, dass er von ihrer Mutter kommen musste. Sie sprang vom Fahrrad, ließ es einfach in die Auffahrt fallen und rannte wie verrückt in das Haus. Hastig raste sie die Treppe hinauf und stieß die Tür zu dem Schlafzimmer ihrer Eltern auf. Das Bild, welches sich ihr hier in diesem Raum darbot, war schrecklich und Rin sank bei dem grausamen Anblick geschockt auf die Knie. Vor lauter Blut war der gesamte Boden tiefrot gefärbt. Überall verteilt lagen große Klumpen, die bei näherer Betrachtung aus Fleisch bestanden. Es dauerte einen Moment, bis Rin begriff, dass diese Fleischstücke zusammengesetzt einmal ihre Mutter ergaben. Sämtliche Gliedmaßen waren fein säuberlich vom Torso abgetrennt und lagen in makaberer, unnatürlicherweise kreuz und quer im Raum verteilt. Die Brüste waren in Scheiben geschnitten und gaben den widerlichen Blick auf die Rippen und die darunterliegenden Organe frei. Komplett unter Schock realisierte Rin erst langsam, was hier geschehen war und musste sich auf der Stelle übergeben. Plötzlich vernahm sie ein lautes Zischen, das durch die Luft schnitt. Es war ein Katana, das direkt auf sie herunterschoss. Reflexartig hob Rin ihren Arm, um die Klinge abzuwehren. Das Schwert fraß sich dessen ungeachtet unbarmherzig in ihren Unterarm und es klaffte ein tiefer Schnitt in ihrem Fleisch. Der Schmerz wich jedoch sehr schnell dem Schock, als ihr klar wurde, was hier eigentlich gerade passierte. Ihr Vater hielt das Katana komplett seelenruhig in den Händen und verzog keine Miene. Sie schrie ihn an, damit aufzuhören, doch er hob wieder die Klinge empor, um sie auf den bereits verletzten Arm seiner Tochter hinabsausen zu lassen. Das Katana traf sein Ziel und ein brennender Schmerz durchlief erneut Rins Arm. Rin sah nur noch einen Ausweg. Sie musste so schnell wie möglich von hier weg. Sie versuchte sich aufzuraffen, rutschte jedoch umgehend auf dem komplett blutverschmierten Boden aus. Sie griff nach dem Türrahmen, um ihn als Stütze zu nutzen und zog sich mit ganzer Kraft an ihm hoch. Just in diesem Augenblick flog die Klinge wieder zischend durch die Luft und traf diesmal zielsicher ihren anderen Arm. Rin schrie auf vor Schmerz und sie humpelte einen weiteren Schritt Richtung Flur, fest entschlossen ihrem Materium zu entkommen. Alles, was sie jedoch bekam, war ein weiterer Hieb mit der Klinge des Katanas ihres Vaters. Diesmal traf er sie allerdings direkt von der Seite am Bauch. Der Schmerz überwältigte sie und ihre Knie begannen zu zittern. Sie musste einen Schritt nach hinten machen, um sich einigermaßen aufrecht halten zu können und nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ihre Finger hielten die losen Fetzen Fleisch zusammen, die von ihrem Bauch hinunterhingen und sie schloss ihre Augen. Die Bilder von den abgetrennten Gliedmaßen ihrer Mutter kamen ihr umgehend vor die Augen und ihr wurde die Hoffnungslosigkeit ihrer Lage bewusst. Sie riss ihre Augen auf, drehte sich langsam in Richtung ihres Vaters um und schmiss sich ihm in einem Rausch von Adrenalin mit ihren letzten, noch verbliebenen Kräften entgegen. Ihr Vater taumelte zurück, konnte sich aber relativ schnell wieder fangen und stieß hastig wieder mit dem Schwert nach seiner Tochter. Wieder wurde sie von der Klinge am Bauch getroffen und sie warf sich mit schmerzverzerrtem Gesicht rücklinks an die Wand, um Halt zu finden. Gerade als sie sich aufraffen wollte, um wieder auf die Beine zu kommen, durchfuhr ein gleißender Schmerz ihren Schenkel. Es hatte keinen Sinn mehr, mit dem verletzten Bein konnte sie nicht mehr aufstehen und brach auf dem Flur zusammen. Mit letzter Kraft zog sie sich Zentimeter um Zentimeter vorwärts Richtung Treppe. Natürlich hatte ihr Vater kein Problem damit, sie einzuholen. Er packte sie an ihren Haaren und zog sie mit einem Ruck empor. Anschließend warf er sie mit voller Kraft durch eine Trennwand. Das Glas klärte schrill, als Rin durch die Trennwand flog und sie fand sich im Erdgeschoss wieder, als sie sich langsam wieder traute, ihre Augen zu öffnen. Irgendwo über sich konnte sie Schritte hören, die sich langsam aber sicher in Gang setzten. Rin wurde von Sekunde zu Sekunde schwächer, doch ihr Überlebenswille war noch immer ungebrochen. Sie mobilisierte sämtliche Kraftreserven und zog sich mühsam über den mit Scherben gespickten Boden. Die Scherben bohrten sich in ihre Haut und zogen tiefe Schnitte über ihren gesamten Körper. Sie wusste nicht mehr, wie sie ihren Vater aufhalten sollte, aber irgendjemand oder irgendetwas musste doch in der Lage sein, ihn zu stoppen. Er durfte einfach nicht damit davonkommen, was er ihr angetan hatte. Noch viel schlimmer, was er ihrer erkrankten Mutter angetan hatte. Ihr Kinn schrammte über die Scherben, der Schmerz wurde immer unerträglicher. Rin begann vor Anstrengung zu husten und das Atmen fiel ihr mit jedem Zug schwerer. Der Geschmack von Blut war ihr nun ein treuer Begleiter. Alles, was sie jetzt noch hören konnte, war ein dumpfer Herzschlag. Ihr Körper fühlte sich tonnenschwer an und die Last, die auf ihm lag, ließ sie daran zweifeln, dass sie ihn auch nur noch einen Millimeter weiter bewegen konnte. Mit jedem Schritt ihres Vaters konnte sie spüren, wie der Boden unter ihr erzitterte. Natürlich war ihr schon lange bewusst, dass sie den Abend wohl nicht mehr überleben würde. Inzwischen sah sie ihrem Tod jedoch gleichgültig entgegen. Es kümmerte sie nicht, dass sie bald sterben würde. Alles, was jetzt noch für sie zählte, war ihre Rache. Ihr Vater würde für all das hier, egal ob in diesem oder im nächsten Leben, bezahlen müssen. Langsam begann sich ein dunkler, schwarzer Nebel wie ein Schleier vor ihre Augen zu legen. Aber auch das konnte ihren unbändigen Zorn nicht lindern. Sie würde nicht aufgeben, nicht jetzt. Plötzlich vernahm sie aus der Dunkelheit ein leises Flüstern, welches ihr für führerische Versprechungen über Rache und Blut ins Ohr flüsterte. Sie überlegte nicht lange und schloss einen Pakt mit dem Entitus und schloss mit einem diabolischen Grinsen ihre Augen. Von diesem Zeitpunkt an nahm Rin nicht nur an ihrem Vater Rache, sondern sie gab sich komplett ihrer Wut und ihrem Zorn hin, wo auch immer sie der Meinung war, dass es gerechtfertigt sei. Von nun an nahm ihr Dasein als Rachegeist seinen Lauf und ab sofort würde sie auch der zweiten Bedeutung ihres Namens alle Ehre machen. Denn Rin bedeutet auch bittere Kälte. Vielen Dank, dass du dir auch diese Story-Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das Video likest und vielleicht sogar einen Kommentar hinterlässt. Falls du die anderen Lore-Videos auf dem Kanal noch nicht kennen solltest, wirf gerne mal einen Blick in die Playlist. Sie ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon von mir. Wir sehen uns in Game. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.